Damit hallo zur 44. Folge Easy Platin, quasi ganz ganz frisch heute erschienen, der zweite Teil des großartigen Titels Frogo, nämlich Frogo Teil 2. Der Frosch hat sich auf jeden Fall leider der Inflation schon angepasst, denn statt wie der erste Teil 99 Cent gekostet hat, kostet Frogo 2 jetzt stolze 1,99 Euro statt 99 Cent, also 100% quasi mehr. Leider kriegen wir dafür auch nicht sonderlich mehr Geboten, nein, es bleibt bei einem Level. Wir gucken uns mal ganz kurz die Trophäen an, das Ding ist in unter einer Minute erledigt. Wir müssen wieder diese Erdbeeren sammeln, 25 Stück an der Zahl und einmal durch das ganze Level hoppen. Das war es auch schon. Das gibt es einmal im Nordamerican Store, im Europe Store, im Japan Store und im Asia Store. Leider ist es nicht Crossbuy, trotz des Preises 1,99 Euro. Nein, es gibt immer noch mal abwechselnd die Playstation 5 und Playstation 4 Versionen. Also könnt ihr ein bisschen Geld rauswerfen, wenn ihr darauf Bock habt. Ansonsten, ich zeige euch einfach mal, was hier los ist. Wir starten das Spiel und play. So, hier ist wieder unser kleiner Kumpel und hier seht schon links Press Square Button to Dash. Eine neue Erfindung. Wir können jetzt ein bisschen dashen und ganz oben seht ihr nochmal einen Balken, ganz oben links, wann der Dash wieder aufgeladen ist. So, wie immer gilt, wir sollen uns nicht überfahren lassen, sammeln hier unsere Erdbeeren. Bin mir immer noch nicht sicher, ob frische Erdbeeren essen, aber gut. So, es, witzigerweise, ich weiß nicht, ob das bei euch auch kommt, es ruckelt hier manchmal. Aber es ist klar bei so einem großen Open World, dass da auch Ladezeiten zwischendurch mal sind. So, dann sind wir hier schon im nächsten Village, sammeln hier wieder unsere Erdbeerchen ein. Jo, schön, schön, hopfen hier einmal rüber. Und das ist tatsächlich, wir sind jetzt auch fast schon am Ende des Titels. Hier nochmal den Rest. So, dann müssten wir auf jeden Fall alle Erdbeeren haben. Und ob ihr jetzt links oder rechts geht, ist vollkommen Wurst. Denn das Spiel ist an dieser Stelle zu Ende, und wie wir gleich oben rechts sehen, werden wir dafür mit einer Platin belohnt. Ich denke, das ist auf jeden Fall zu schaffen. Und die Trophäen rattern hier noch nach und nach durch. Wie gesagt, da haben wir sie. Frogo 2, Shiny Platin. Ja, könnt ihr euch selbst überlegen, ob es euch das wert ist für 1,99 Euro. Ansonsten werde ich mich einfach mal verabschieden mit dieser Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Kommentar da. Drückt das Däumchen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, auch in Zukunft, würde ich mich natürlich wahnsinnig über ein Abo von euch freuen. Alles klar, ich freue mich jetzt schon, wenn es wieder heißt Easy Platin in der nächsten Folge. Zusammen mit euch hier auf dem Kanal. Tschüss. Tschüss.